Hallo, hier ist wieder euer Robin für euch. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich hoffe, ihr habt die 36 Grad in der letzten Woche gut überstanden und nicht so wie ich gestern in Rede auf der Kirmes für euch zu filmen, heute auf dem Kinderschützenfest in Ramsdorf und morgen wahrscheinlich nach Velen auf Schützenfest und Kirmes. Das tue ich alles nur für euch. Ich hoffe, ihr gebt mir dafür ein Abo und einen Daumen nach oben. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Restabend. Ich werde meinen Abend mit dem kühlen Blonden genießen. Robin sagt Tschüss.